Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um die römischen Zahlen, die man ja vielleicht vom Asterix kennt, aber eben auch von einer Uhr oder von alten Grabmauern. Die Jahreszahlen zum Beispiel in der römischen Antike, die wurden mit sogenannten Buchstaben beschrieben. Und wie diese Buchstaben zu uns ins 10er System zurückübersetzt werden können, das will ich euch in diesem Video zeigen. Gut aufpassen! Also, am einfachsten kann man es ja hier ablesen. Hier, das ist ein I, ein großes, ja, einer für die Uhrzeit ein Uhr. Zwei I's, das sind zwei Striche. Drei I's, drei Striche. Und dann kommen nicht vier Striche, sondern es kommt ein Strich und ein V. Danach ein V, dann ein V und ein Strich danach. V mit zwei Strichen, V mit drei Strichen. Ein Strich vorne ein X, ein X, ein X1. Also wir wissen ja alles, dass das quasi die Zahlen 1 bis 12 sind. Und das müssen wir uns jetzt halt hin übersetzen. Die 1 hat den Wert 1. Das ist klar, ein Uhr. Das V hat damit den Wert 5. Das X hat den Wert 10. Und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Da habt ihr vielleicht schon was rausgefunden oder schon mal was gehört. Das L steht für die 50. Das C für das 100. D für 500. Und M für 1000. Das sind quasi die Übersetzungen. Jetzt gelten da aber noch weitere Regeln. Nämlich folgende. Einmal maximal drei gleiche Zahlen dürfen beschrieben werden. Das haben wir hier gemerkt. Ja. Es darf nicht die 3 mit einem weiteren Strich versehen werden, um auf die 4 zu kommen. Also keine vier Striche. Sondern man schreibt dann ein I und ein V. Was das bedeutet, das zeige ich euch jetzt gleich. Nämlich, wenn man etwas hintereinander schreibt, wird es addiert. Also zum Beispiel ein X steht für das 10. Und ein I steht für das 1. Also sind es quasi insgesamt 11. Wenn die kleinere Ziffer, also der kleinere Wert davor steht, dann wird abgezogen. Also größerer Wert und dann kleinerer Wert ist es eine Addition. Wenn der kleinere Wert vor dem größeren steht, dann wird es abgezogen. Das heißt, XI ist ein 11er und IX ist 10 minus 1. 10 plus 1, 10 minus 1. Keine Zwischenzahlen darf man subtrahieren. Das heißt, wenn ich XLV habe, könnte ich ja sagen, ich ziehe das L vom V ab. Das geht aber gar nicht. Also muss ich hier anders vorgehen. Das X wird vor dem L abgezogen. 10 minus 50, also 50 minus 10 L steht für 50. X davor heißt, es wird abgezogen. 50 minus 10 sind 40. Plus die V dazu sind 45. Zwischenzahlen sind übrigens V, L und D. I nur vor dem V und vor dem X. Das heißt, ich darf dieses I nur vor diesen beiden nächstgrößeren schreiben. Genauso darf ich ein X nur vor den nächsten beiden größeren schreiben, L und C. Genauso darf ich ein C nur vor D und M schreiben. Also das heißt, ich darf immer diese drei, die ich hier benannt habe, immer nur vor den nächstgrößeren zeigen. Hört sich nach komplizierten Regeln an. Aber jetzt wissen wir wenigstens, in welchem Jahr dieser Grabstein ist. M steht für 1000, D steht für 500. Dann kommen zwei Cs. Das heißt, wir haben 1500 und 200, 1700. Dann kommt ein L dazu, sind 50. Und dann noch drei Xen sind quasi 50 plus 30 sind 80. Das heißt, wir haben hier 1780. In diesem Jahre ist dieses Schriftzeichen her oder diese Zahl her. Das werden wir jetzt noch ausführlich üben und dann kriegen wir irgendwann einen Schwung drauf, wie die römischen Zahlen übersetzt werden ins Zehnersystem oder auch andersrum. Viel Erfolg!